Yo Leute, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr ja jegliche Nachrichten zu den Videos bekommt. Zusätzlich dazu kann ich euch nur einladen auf twitch.tv slash lostaiming mal vorbeizuschauen, denn dann ist der Livestream-Kanal, auf dem ich so gut wie jeden Tag mehrere Stunden online bin, wo ihr live im Chat mit dabei sein könnt und natürlich auch mir Fragen und sonstige stellen könnt. Von daher schaut vorbei, twitch.tv slash lostaiming und jetzt viel Spaß mit dem Video. Tierra Bronca. Gut, ich springe hier niemals ab, lass uns das mal tun. Eine Waffe oben drauf. So ist es. Wirst du mal hier reingegangen, hättest du M4 gefunden. Let's go. Jetzt brauchen wir den besten deutschen POP-Ziel-Spieler zu locken, mach ich doch die ganze Zeit das Spiel allein. Surprise, M4 faction! So, gerade den letzten medics genommen scheiße also würde ich haben ich immer noch keine west 300 Oh treierhelm holy shit let's go Das beste Fahrzeug auf Miramar ey, nach nem Buggy Also beziehungsweise, nem Buggy und nem Motorrad, so rum So, wo ist denn der Erdl runter gekommen? Ist der nicht ganz hinten runter gegangen? Ist nämlich außerhalb vielleicht noch? Das kann ja schon krass sein Das kann ja auch nicht Ian hat ja Waaaaah Waaaah Waaaah Waaaaaah Waaaah 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 Ah, das ist einer. Oh, der flippt. Weggelasert! Und gefasert! Ich muss mich raten, das ist eine K98. Brauche ich gar nicht drauf gucken, das sehe ich schon. Scheiße, keine K. Warum haben wir dann achtfach dabei? Fuck. Ich dachte, eine K. Aber das ist kein Problem. Wir spielen einfach trotzdem. Achtfach. Was sind zwei? Au! Alter, wie viele Leute auf einmal aus den Löchtern kommen? Da hinten kommt auch noch einer. Oh, der hat den getötet. Oh, jetzt geht der hinterher ein Stein. Pass auf. Ja. Es tut mir so leid. Leid, leid, you're not anymore. Es tut mir so leid. Oh, no. Eine K. Ich denke, es geht kein Beschuss. Oder ist das wieder beschissen? Ahahahahahah! Ahahahah! Ahahahah! Loll, Potatoes Todes, Alter. The Potato of the Death. Kitty. Du hast mir den Kill geklaut, deswegen klau ich dich jetzt. Dankeschön. War das die Kahn-Drop? Ne, da war eine AUG, aber... Ähm... Ich wollte jetzt nicht looten, sonst hätte ich mal die komplette M4 auseinandernehmen müssen. So viel Zeit habe ich nicht. Ich wollte mich schon fliegen sehen, als ich um die Ecke kam. Wollte er mich beschießen, Mann. Ja, 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 ja. Jetzt reicht's. Da unten steht ein Motorrad. Oder? Danke schön, dass du nochmal so gesprungen bist. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach nochmal den Schuss zu arretieren, so. Okay, da ist ein Schuss. Oh, hier. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich war in der Mitte des Circles. Jetzt bin ich schon wieder am Rand des Circles. I hate it. Headshot. Ich hab grad einen Headshot gemacht. Kann das jemand in den Chat schreiben? Das ist über den Fußball. Nein, ich krieg ihn noch. Aus der Zone rausgeholt. Das geht halt. Das geht halt. Oh, da liegt ja einer. Okay, geklaut, bitch. 34 Sekunden noch. Errungenschaft. Scharfschützenmeister. Freigestarrt. Let's go. Bam, bam. Zeig's nochmal. Alter, jetzt hab ich ihn weggeschottet. Ha, du musst rein. Ich bin, ich bin, ich bin. Das war's. Ich bin der PUBG-Gott-Zone. Macht das denn? Ist doch scheißegal. 24 auf iTunes. Let's go. Bis zum nächsten Mal.